Wer bist denn du? Mach mal Platz. Silus, hast du dir schon mal überlegt, was du möchtest werden? Noch nicht wirklich, nein. Wie war es zum Beispiel mit Mediamatiker? Mediamatiker sind die kreativen Allrounder der digitalen Zukunft. Sie gestalten, designen, planen, im Marketing, fotografieren, filmen, Webseiten bauen und noch vieles mehr. Hey Silus, und wie war das so als Mediamatiker? Ja, schon mal nice. Wie wäre es mit etwas mehr Technischem, zum Beispiel Informatiker? Die Informatiker sind die absoluten IT-Cracks. Bei dem schnellen Tastatur-Tippen kann es zwischendurch gleich zu rechten oder anderen Feilermeldungen kommen. Aber easy, die Informatiker sind ja Pros. Und, hast du schon mal eine Webseite gehackt? Nein, nicht wirklich. Vielleicht halt etwas... Wirklich Kundenkontakt? Ja, warum nicht? Hm, wie wäre es mit, ähm, ICT-Fachmann? Yeah! Hallo? Hallo, Grosi. Oh, hoi, Silus. Du glaubst, mein Anteil ist kaputt? Ja, hast du schon mal versucht, den Anlachnopf zu drücken? Moment. Ah ja, jetzt geht's! ICT-Fachlug sorgen für einen rundum funktionierenden Arbeitsplatz. Sie helfen allen Mitarbeitern aus dem Betrieb, dass sie mit ihren Geräten schlagen kommen und dass alles funktioniert, wie es sollte. Und, Silus, sind Kunden zufrieden? Ja, ich hätte schon gesagt, ja. Hast du sonst noch irgendeinen Wunsch? Ähm, vielleicht etwas Handwerk? Vielleicht mit etwas Action oder so? Hm, Action! Ah, Elektroniker! Nice! Ja, zwischendurch gibt's ein Funkeln und ein Räuchli, wenn die Elektroniker etwas herumtüfteln sind. Schaltüge entwickeln, Leiterplatten designen, durch das Programmieren Objekte zum Leben erwecken. Hiiii! Gottfried Stutzinus, jetzt bist du schon wieder an diesem Handy. Chill mal, ich habe meinen Traumberuf jetzt entdeckt und ich gehe jetzt an einen Schnuppertag. Wenn auch du wissen willst, welcher Beruf am besten zu dir passt, schau doch auf unserer Plattform vorbei, dort findest du alles, was du brauchst.